so gucken wir noch mal was da drin ist ich bewacht doch mal hier was sagt er ist das ding auf den stein oder was kaputt nee da kommt man nicht wie gar nicht dran ok wieder ein bisschen lauter drehen so und nun geht denn da was hat denn ich will ja voll weg hier soppli create du hast das doch schon mal gemacht soppli create 10 von 100 na dann sagst du halt nichts ja da ist einmal ein chitin chest piece drin und ein blueprint kompass bin halt hochgesprungen und dann kannst du eh drücken geht er bei dir muss doch hoch springen und eh drücken danke dass die antwort zwölf minuten später kam ja ich hatte ja wieder den maus zeiger irgendwo verkehrt hängen dann reagiert er komischerweise nicht nichts genommen ich guck mal ich sehe da nichts inventar nix gesehen außer nach dem rummel voll wo ist mein tier jetzt hin da komm her klaus dieter ja ja tja shit happens würde ich sagen gehen wir wieder zurück ja wieder zurück ha wieder zurück ha wieder zurück so sind wir denn hier hingekommen andere seite hier lang ist ja das kommt mir schon eher bekannt vor ja jetzt ist mir auch nicht mehr heiß mhm 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 durch den fahrtwind gekühlt sozusagen jo hopp ja brava dino ja klar das ist ja wieder typisch ja erstmal fett abgeschissen ja erstmal fett abgeschissen ja erstmal fett abgeschissen ja erstmal fett abgeschissen das ist dann hier mit erika den kann man dann bestimmt auch schon wieder abgeten jaaaa wer weiß das schon ne wenn er nur rumsteht was er auch mit dem komposter dauert ja auch jahre wa oh der dicke der schläft immer noch hin aufstehen hallo hm hm kann man den eigentlich auch jetzt töten so überrasst keine ahnung das war lieber in dem fall kann man ihm die klamotten klauen das gibt nur ärger dann greift er nachher wieder einen brontosaurus an ja der uns die hütte zerstampft was ist denn jetzt hier mit dem kompost ja ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen rumlaufen und sehen dass ich noch mehr heid kriege weil das zeug ist ja auch wichtig ja da muss auch tätsch rein tätsch wir brauchen nämlich kompost weil die blumen sind nämlich die haben keinen fertilizer mehr ja wie ist da genug scheiße im komposter ich werde mich ähm nach derweil mal um die ähm bestückung des kühlschranks kümmern ich kann man die narkoberries die habe ich jetzt auch reingetan das ist okay oder ja weil ich dachte mir dann haben wir vielleicht länger spass dran ich mache erstmal den dodo platz das renne ich nach dem hin da sonst kräfte er mich gleich an da habe ich auch nichts von warte mal ist das eigentlich so wenn ich jetzt die andere achse nehmen dass der mir die dann war mehr fleisch abgibt oder so wäre ja zumindest sinnvoll dass denn hier ja gibt auch nicht wirklich viel mehr ja du packst die sachen dann in den mörser rein und dann dann musst du halt auswählen bist du halt dinge nach siehst auswählen bist du halt dinge nach siehst hast du halt in den zogen geengremmt was du auch machen kannst ne wie geht das ja wenn du halt aufgestiegen bist wieder ja learn consume nuk nuk hab ich ja reichen da 16 pfeile kann ich vielleicht noch ein paar bei machen ne kann ich nicht da fehlt mehr touch dann power flare da fehlt mehr touch ich komme hier ich hake mal kurz ein bisschen touch geht doch mal weg da so wagen wir ein bisschen ja ah ja da hier sieben stück sollte reichen jetzt weiß ich nur nicht ob ich äh wo ist das fiegt da ja ob ich den vom stein aus hier oben irgendwie beschießen auch zwei stück so ja komm ich hier hoch also war ich da vorhin oder nicht da oben drauf naja da war doch ein anderer stein komm ich denn hier nicht hoch ne da kommt er nicht hoch warum nicht oh ich will die zwei erledigen ja da Mist ey da muss ich ja wieder wegrennen ach das ist doch dreck ich dachte mich beide angreifen ich brauch aber unbedingt der hide von daher packen wir mal direkt in den schwachen nein das hat den auch noch kaputt ich hab keinen gewachsen aber bei den anderen beiden ich hab keinen holster nix ne echt gut geholt ne ja ist kein väterleisamer drin naja ok ich mach sofort ähm 38 so können wir den bogen reparieren weil der ist nämlich gerade eben kaputt gegangen äh das ist eigentlich auch noch im besseren die das antriebsmittel für den kühlschrank oder wie versteht ja was kühlmittel könnte man sagen das verbraucht er auch nur ganz langsam ne ja ist doch gut ja das ist super na klar na klar ja es gibt gleich Regen doch mhm ähm lass mich mal gucken die macht scheiße so sehr oooh das greift nämlich auch noch beide an oi 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 muss ja weg oh Rino Code mhm 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 wo sind die da na komm schirp nr 1 ist tot nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 1 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 nr 2 nr 1 nr 1 nr 2 nr 2 nr 1 nr 1 nr 1 nr 2 nr 1 Komm hier, Todesschuss, der hängt am Baum fest. So, erledigt. Ja doch, also wenn man sich schon ein bisschen höher gelevelt hat, dann kann man auch schon etwas mehr erreichen damit. So, bei der erste, wo ist der andere jetzt? Da. Ja, eigentlich sollte man die auch mal zähmen, aber ich brauche im Moment Heim. Kompost anscheinend. So, erstmal zwei Dreichs gekillt. Oder muss ich das auch lernen, Kompost zu machen? Eigentlich nicht. Vielleicht den Kompost da, ja. Kannst du nicht da rein tun? Doch, ich kann das da rein tun, aber dann, wo, was passiert denn da? Da passiert ja nichts, dauert das ewig, oder was? Ja, das dauert. Geht automatisch. Hm. Da, direkt ein neues Ei. Können wir direkt da mit reinstecken. Aber ich glaube, da darf man nicht so viel rein, sonst kann er den Kompost, ein Fertilizerzeug nicht absetzen. Stimmt. Was ist denn mit den anderen? Einmal zwei, sehe ich gehört. Ja, hier kann er was rein, und auch noch Ding ins Setsch, würde ich auch mal reinpacken. Ja, ich habe gleich wieder ein Level-Update. Naja, gleich ist gut. Oh, guck mal hier. Fleisch. Kann man eigentlich auch Roßfleisch rein tun? Hält er dann auch länger, ja, ne? Tatsache. Ah, und jetzt wirklich nicht so lange, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Ich glaube aber, wenn man das Ding nachher upgradet, dann, ähm... Wird das wahrscheinlich auch noch besser werden. Gehe ich mal zumindest von aus. So, wir nehmen so ein Stückchen Kaffee. Den ich mir extra mal gemacht habe. Parasaurier scheißen ja alles zu, hier. Daisy, äh, ich habe es noch nie gesehen, dass die ein Ei gelegt hat, ey. Wer ist Daisy? Achso. Doch, ich mache die ja im Wasser. Die können wir übrigens updaten. Was updaten wir denn da mal ab? Sollen wir die daraus einen Transporter machen? Ja. Mach mal die mal so... Sind ja eh nicht die schnellsten, ne? Ich kann das ja so ein bisschen verteilt machen. Vielleicht auch ein bisschen mini-damage. Erika, Junge. Helds, Helds hat die gut. 700, ja, okay, Schildkröte, ne? So, was wollte ich jetzt? Ich wollte dann auch wieder gucken, wegen Wände. Ja, aber ich muss dann noch mal... Hilf, wenn es geht. Ja, hm, hm. Ich gehe mal eben hin und, äh, pflück nochmal ein bisschen was. Viele damage. Wobei, wir haben ja nicht genug Fiber, war. Könnte ich mal wieder ein bisschen mit der Axt rumspielen. Ich krieg's dann überall mal was. Weil Eisen, oder Metall, brauchen wir eh noch genug. So. Gibt's auch Level 4. Level 8? Oh, hm. Da sind 4 Level gestiegen. Ja, das geht schon mal schneller. So die Levelsteigerung. Da war mal hässlich, ey. Hässlich? Wär's hässlich. Komm hier, gib mir ja hier Metallzeug, ey. Dauer. Aber ruck, zuck und am besten heute noch. Nicht erst übermorgen oder so. Heute. Mit der Klar-Ice. Nicht hier, äh, rumpopeln. Mach. Mit Fleisch mal im Kühlschrank packen, wo ist das alles wieder vergammelt. Da habe ich gerade auch schon mal was reingepackt. Ja, da ist schon gut halt drin, ey. Ich habe da 20 Lappen reingepackt vorhin. Da sind jetzt... Da habe ich da gerade reingepackt. Da kommt 39 hohe Lappen drin. Das ist doch schon mal was. Ja. Das ist schon mal was. Wieder kein Eisen dabei. Sehr gut. Ich habe gleich wieder ein Level ab. Das ist gut. Gibt es bei mir? Ja, ich auch. Und dann mal gucken, was da neu zugekommen ist. Was man so eher benutzen kann. Ich meine, ich will ja eigentlich diese Wände, Steinwände mit den Fenstern halt haben. Ja, super. Kann ich die Wesen reparieren. Ich werde mal gucken, ob die Schildkröte auch noch was zu fressen hat. Natürlich nicht. Pack ich die mal hier hin.